Neben dem Sofa. Weil ich habe keine Hose an, ich kann nicht aufstehen. Das ist das Problem. Ja genau. Dankeschön. Merci Mausi. Okay, wir haben weggesandt. Hast du eine Sonnenbrille auf? Nee, ich habe eine ganz normale Brille auf. Also eine Blaulichtfilterbrille eigentlich. So, wie machen wir das jetzt? Ihr seht ja nichts, ne? Die Kamera ist sowieso relativ weit oben. Wait, mein Handy lädt mir. Jetzt. Genau, ich verteidige nur euer 9. November. Ist wirklich so. Nila. Warte, ich hatte mal... Okay, dann mal. So, jetzt. Neyumi Okay, da haben wir jetzt einiges von Optionen Wir haben Nezivir Ich habe trotzdem mit Trash, oder? Oder Nautilus Ich habe fast gar keinen Nautilus gespielt Eigentlich spiele ich ihn dann auch nicht mehr so gerne Aber Das ist aus der Seite sogar ein Event Shroud Game, oder? Mein Manni Oder Radiant Mal gucken Eins und beiden Entweder Radiant oder Event Shroud Kommt vermutlich drauf an Ich glaube von Ahead ist Radiant besser Und von Behind Event Shroud Wait, warum hat man eine Zivir Array dabei? Ich spiele die Poke Zivir Poke Lethality Zivir Das ist useless as fuck Oh fuck Ja Ah Namm 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 ich glaube man muss wirklich einfach mit lane level 1 jedes mal 1 jedes mal hier in diese büsche laufen oder zumindest mit den rein hier sind immer falls ist so radiant redemption hier ist valid ja kann sein also ich hoffe wirklich dass ich weiß nicht ich hoffe dass sie normalen sie wir bild geht mal schauen maybes ist ja auch broken ist und wir unterschätzen einfach den bild das ding ist ich glaube wir gewinnen der lines gar nicht wir können gar nicht all innen weil die einfach ins haben dass wir mehr haben und vor allem hat er auch ghost ist ich komme nie wieder von in brodeck Was? Ich war 100% unter dem Minion. Ich habe so viel Emile schon genommen. Ich habe beide Pots raus jetzt. Die Mädchen hätte gerade nicht ihre Q geused. Schade. Oh Junge. Bitte nicht. Okay. Okay. Fast block. Chugel, Chaches. Okay. Jetzt ist das jetzt. Nooo, der Double-Buff. Ich schau mit und denk mir so, Geil, der hat einen Double-Buff und genau in dem Moment verliert er ihn. Das ist echt eine dicke Wave. Ich verstehe, ich verstehe, ich verstehe, ich verstehe. Nice. War ja ganz leicht. Nein Leute, Korea ist wirklich der beste Server. Also hier ist wirklich jeder zweite Spieler ist die nächste globale Elite. Ja, ich glaube wir gehen in Radiant Redemption Build. Mein, wobei, Even Shroud in Kombination mit, mit Pokesie, wait das wird gar keine Pokesie mehr. Bitte, bitte, wenn das ein Static Schiff wird. Baut man Static so? Wie hast du dieses Item, wie hast du das Item nochmal? Egal. Bitte, bitte, bitte kein Static Schiff. Bitte, 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 bitte. Bitte, bitte, bitte. Bitte, bitte, bitte. Allein für meine Mental Health. Bitte, kind Static Schiff. Allein für meine Mental Health. Bitte, kind Static Schiff. Bitte, geh Lethality. Hold den Dustblade. Aber kein Static. Bitte, 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 kind Static. Bitte, bitte, bitte. Ja, wir müssen eigentlich pushen, wenn wir Blood Dragon machen. Dann fahren wir einen Static Schiff. Wir müssen in den Blumen schreien, weil wir einen Static Schiff geraten. Wir müssen auf den Blumen schreien. Dadurch, dass sie kein Lethal Tempo hat, outscaled uns basically der Aphelios, also wir haben einfach in längeren Trades nicht genug Damage. Gehe ich Mercs? Nee oder? Bitte smite ihn, wenn der Azir den steilt. Habe die Erythymie, grüße. Gehe ich aber tot, bevor ich da bin oder? Ja leider der Spellsheet verkackt. Ich hätte vermutlich runterlaufen sollen und die Wave freezen. Man braucht dann ewig, bis er da ist, soll ich den jetzt schon rauspulen? Es wurde wirklich ein statics. Statics Ery. New severe Korean Tag. Really broken. Na gut, den Dragon können sie haben. Willowby, danke für den Nächster. Vielen Dank für die 22. Kuss. Wake Emick. Das ist gut. In Kuria braucht man keine Worts. Beide. Das ist gut. ähm ähm oh ähm oh oh hätt' ich mal CD-E-Woods hätt' ich mal Nicht umdrehen, mein Sohn. Na, der zieht durch, oder? Ha! Die Jumi hockt direkt auf der Seju. Bro. Gali grü... Muss ich nicht holten, oder? Oh. Ah. Woops. Möchte jemand von euch nochmal fragen, warum ich Kessant der Permabanne, außer meinen Top-Länder-First-Pack den? Möchte noch mal jemanden fragen? Ups. Wait, ey, ich finde es impressive, dass der 0-3-Arthrox mit 60 CS, dass wir den einfach nicht töten konnten mit 1,5 Items Kha'Zix. Ich hätte ihn einfach hier gneiten müssen, aber ich dachte, er stirbt einfach. Ich glaube, ich kann sogar auf die Wand drauf gucken. Und ich glaube, ich ziehe sie durch die Wand. Ich habe die Wand. Wauw! Ich habe die Wand. Ich bin leid. Ich kann sie nicht tun. лam. Ich habe die Wand. Danke. ist nichts passiert nichts haben wir gesehen wir spielen das game ohne flash diese sie wir diese sie wir item will es war ein sie hat gekocht und jetzt ein bisschen versalzen das schlimme ist dass der bild sogar mal wirklich richtig gut war aber nicht mit statics was hat man denn da gespielt so ne so ne oder war das schon zu statics zeiten nicht mehr Leider noch keine Ulti, sonst glaube ich, gewinnen wir das Lüftet sogar. Oh. Jetzt habe ich Ult. Wenn ich Ulti habe, ist das glaube ich der nächste Quartal Kill für den Kante. Genau. Ich mach auf die Bandscheide, zu diesem Ich mach den Knopf. Ich habe den Systeme im Ende. Ich habe den Niemann mit dem Knall. Ich habe den Niemann mit dem Knall in Kante zu Bandschap. Ich habe den Niemann auf welche Seite gesadet. Das ist meine Niemann mit der Niemann mit der Niemann. Ich habe den Niemann mit den Tieren. Na dann etwas gut. Scheiße, den letzten Dauerhut darf ich nicht denken. My bad. Oh oh. Nah, ist fein. CV-Ult reicht. Ah, hin hat er. Man buks da, grüße Chef. Die Dauerhut darf ich nicht sagen. Keiner, die Dauerhut darf ich nicht sagen. Da kann ich nicht sagen. Ja, wir müssen gleich Kiesante TP, wir stellen Kiesante einfach bot lane, wir gehen topside, wir spielen topside und wir 2,5. Da ist ein Azir über uns. Ich hab gehofft, oh mein Gott, ich hab getraut, ich wollte den Aphelios flashhooken, wir hätten gar nicht fighten dürfen. Wir warten einfach bis genau das passiert und dann kriegen wir 3 top tower und 3 Nash. Wir haben auch kein DPS für die Frontline, wenn wir nicht die Squishies hütten. Und ich bin auch nicht wirklich tanky. Aber ist okay, weil Kiesante lebt ja noch. Es ist alles noch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Hat der Aphelios da gerade geflasht in dem Fall, das ist eigentlich noch eine gute Info. Ich habe keinen gesehen. Aestasia hatte keinen Flash in dem Fall. Den Xerad muss man nicht ausgleichen, der Xerad ist sehr sehr stark. Also dass wir eine Aery-Aesthetics, die wir haben, ist schon sehr gut. Wait, wo muss der Aphelios input? Wait, was? Das ist schon sehr gut. Aber jetzt wird das vielleicht noch ein paar Einzelnehmins auszüge. Das ist dann halt schon gut. Aber das ist schon sehr gut. Aber das kann nicht sein, dass das Geflasht auf dem Fall ist. Da sind die Geflasht auf dem Fall. Dann haben wir hier noch eine Aufwandtate. Da sind die Geflasht auf. Dann haben wir hier noch ein paar Geflasht. Da sind die Geflasht im Fall. Ja, nächsten Champs-Select definitiv wieder Band. Xyrian, danke schon für den Resub. Vielen, vielen Dank für die zwei Monate. Danke dir. Vielen, vielen Dank für den Resub. Kuss. Ja, hat es sich gelohnt, Gesandte offen zu lassen, würde ich sagen. Emerald 1, let's go. Jumi-Spieler 08 geschickt, doppelt, let's go. Ja, ist trotzdem, jedes Game ist ein Fieber-Traum. Ich bleib dabei. Lukas, was war denn? 2-4-9 verloren. 1-2-16. 1-0-0 gewonnen. Ein Fiebertraum vom Feinsten. So, wo ist es eigentlich? Ich darf eigentlich nicht so viel trinken, sonst muss ich aufs Klo. Und dann muss ich mir irgendwie vor der Kamera wegrobben. Was ist denn jetzt der Wette mit Hennu geworden? Naja. Ähm. Das ist schon ein halbes Jahr her. Ja. Ja.